Wann brauche ich ein künstliches Knie? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Ihr Knie. Wenn Sie ständig Schmerzen haben, wenn bisherige Methoden nicht mehr wirken, dann könnte Sie ja vielleicht eine Knieprothese weiterbringen. Aber da stellen sich viele Fragen, zum Beispiel, welche soll es denn sein? Darum geht es heute. Bei mir ist Dr. Achim Ziegenbalg. Er ist Oberarzt in der Orthopädie der Asklepios Fachklinik Hohwald in Neustadt in Sachsen. Und er ist der Koordinator des Endoprothetikzentrums. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Ziegenbalg. Gerne, danke. Wann kommt ein künstliches Kniegelenk infrage? Wann bin ich so weit, kann man das sagen? Pauschal kann man das nicht sagen. Das ist immer eine individuelle Entscheidung des Patienten, wenn sein persönlicher Leidensdruck praktisch an dem Punkt angekommen ist, wo er selber das Gefühl hat, die bisherigen, meistens sehr konservativen Maßnahmen, reichen nicht mehr aus, um ihn seiner Mobilität zu erhalten oder um ihn, wie gesagt, seiner Schmerzintensität so niedrig zu halten, dass für ihn ein normales Leben möglich ist. Aber er braucht natürlich für diese Entscheidung eine individuelle, möglichst umfassende Beratung von seinen Ärzten. Ja, Schmerz, ist das so der Indikator? Der Schmerz sollte der Hauptindikator sein und Schmerz sollte auch der Hauptgrund sein für eine operative Maßnahme, weil ansonsten, wenn man das Gefühl hat, die Schmerzen stehen nicht im Vordergrund, sondern die Funktion ist vielleicht nur etwas eingeschränkt und so weiter, dann helfen natürlich auch häufig noch die konservativen Maßnahmen auch gut weiter. Und der Schmerz sollte schon das entscheidende Kriterium sein bei einem künstlichen Klenkersatz. Ja, kann es zu spät sein? Also man sagt ja häufig, es tut nicht weh und ach Mensch, dann bewege ich mich anders, mache anderen Sport und scheue die Operation. Kann es sein, dass Sie sagen, oh Mensch, wärst du schon vor drei Jahren gekommen? Also man muss den Patienten schon individuell sehen, das ist klar, aber direkt zu spät für das Gelenk und die Operation, das ist eher selten der Fall. Weil das Technische ist immer handelbar. Das Entscheidende ist wirklich, dass der Leidensdruck des Patienten entsprechend ist. Und natürlich muss der Patient selbst nicht die Schmerzen bewusst unterdrücken oder hinauszögern oder seine Funktion so einschränken, dass er noch zehn Jahre vielleicht hinkommt. Da braucht er eben die entsprechende Beratung. Aber jetzt technisch zu spät für das Gelenk, da gibt es auch Kriterien, aber das steht nicht im Vordergrund. Wenn ich mich also zu einem Gelenkersatz entscheiden würde, wie wäre denn das? Also wäre ich da schon bei einem anderen Arzt gewesen, bevor ich zu Ihnen komme? Also in der Regel wären Sie ja ambulant beim niedergelassenen Facharzt, Orthopäden, Chirurgen in Behandlung. Manche Hausärzte sind da auch etwas spezialisiert und haben schon ein relativ breites Spektrum an konservativen Behandlungsmaßnahmen erfahren. Und das sollte auch die Voraussetzung sein, bevor dann praktisch Ihr behandelnder Arzt sagt, jetzt schicke ich Sie mal in die Klinik, dazu brauchen Sie einen Einweisungsschein. Mit diesem Einweisungsschein melden Sie sich praktisch in einer Fachklinik an und werden dann praktisch im Rahmen der sogenannten prästationären OP-Vorbereitung von uns eingeladen und dann noch einmal umfassend dahingehend untersucht und überprüft, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Und dann, wenn ja, dann auch schon entsprechend vorbereitet, dass dann die Operation stattfinden kann. Das heißt, nicht nur der Orthopäde ist da mit im Boot, sondern auch der Narkosearzt. Wir schauen auf Ihre Laborwerte, wir schauen uns den aktuellen Röntgenbefund an. Wir nehmen den Sozialdienst mit ins Boot, um die anschließende Rehabilitation schon etwas zu besprechen. Und idealerweise ist auch schon die Physiotherapie mit dabei, um da auch gewisse Verhaltensregeln mit durchzusprechen. Das geschieht in der Regel so vier bis sechs Wochen vor dem eigentlichen Eingriff bei uns in der Klinik und gibt allen Beteiligten dann auch noch einmal ausreichend Zeit, um sich auf den Eingriff vorzubereiten, um noch einmal zu überlegen. Und das ist auch manchmal der Zeitpunkt, wo wir Operationen nicht durchführen oder absagen oder mit dem Patienten reden, dass es vielleicht noch nicht ganz so weit ist. Ach so, weil noch andere Untersuchungen oder andere Behandlungen vorgezogen werden sollten. Erstens das, ja. Und zweitens, weil natürlich auch die Befunde schon stimmig sein müssen, bevor man sich so einer weitreichenden Entscheidung wie dem künstlichen Gelenkersatz, der ja nicht umkehrbar ist, dann praktisch überlässt. Das heißt, die subjektiven Beschwerden des Patienten müssen mit den objektiven Kriterien, Röntgenbild, Untersuchung übereinstimmen, um dann zu sagen, gemeinsam mit dem Patienten, ja, jetzt ist für sie wirklich der richtige Zeitpunkt. Was wir nicht wollen, ist, dass der Patient ein, zwei Monate vielleicht nach der Operation sagt, wenn ich das alles gewusst hätte, dann hätte ich vielleicht doch noch gewartet. Das soll nicht passieren. Ja, genau. Nun gibt es ja verschiedene Gelenkersatzmöglichkeiten beim Knie. Und Sie haben uns ja ein Modell mitgebracht. Vielleicht können Sie uns daran zeigen, was eigentlich eine Vollprothese ist und ob was da überhaupt sein muss und was nicht. Ja, also was ich mitgebracht habe, ist das Modell einer Standard-Knie-Prothese. Wir nennen das Oberflächenersatz. Das ist praktisch das Kniemodell, was in ca. 87% der Fälle in Deutschland zurzeit eingesetzt wird. Bei der Kniearthrose, das ersetzt praktisch komplett die zerschlissenen Gelenkflächen des Oberschenkelknochens, des Unterschenkelknochens mit diesen beiden Metallteilen, die man hier sieht. Ihr natürlicher Knochen bleibt natürlich und es wird auf den Oberschenkel wie so eine Kappe dieses künstliche Gelenkteil aufgesetzt, was es natürlich in verschiedenen Größen gibt. Das wird in der Regel, auch das noch in 95% der Fälle in Deutschland, derzeit mit Knochenzement eingeklebt, sodass auch die volle Belastbarkeit von Anfang an gegeben ist. Und ich muss das mal etwas zerstören hier, um zu zeigen, dass auch im Unterschenkel ist es dann wie eine Plattform, die praktisch auch auf diesen Unterschenkelknochen aufgesetzt und dann einzementiert wird. Und dieses Plasteteil, was man dann praktisch zwischen diesen beiden Metallkomponenten sieht, ersetzt sozusagen den Meniskus als Puffer, um dann praktisch die weitgehend normale Gelenkfunktion wieder zu gewährleisten. Man sieht, man kann damit schön strecken, man sieht, man kann damit auch gut beugen und auch über 90 Grad, was fürs Fahrradfahren wichtig ist. Voraussetzung für diese Art der Versorgung ist ein intakter Seitenbandapparat, das muss noch intakt sein. Das vordere Kreuzband wird nicht mehr benötigt bei so einem künstlichen Gelenkersatz. Das hintere Kreuzband kann durch dieses Inlay sozusagen ersetzt werden. Und wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann ist so eine Versorgung möglich. Es gibt auch halbe Kniegelenke. Wir haben letztlich ja im Knie drei Gelenkanteile, einen inneren, einen äußeren und das Kniescheibengelenk. Und wenn es jetzt Patienten gibt, und die gibt es natürlich, wo nur ein Anteil des Kniegelenkes von einer schweren Arthrose betroffen ist, kann man natürlich auch mit Gelenkteilersätzen arbeiten. Am häufigsten ist das im Bereich der Innenseite der Fall. Also 13 Prozent der primären Kniegelenkersatzoperationen betreffen so eine Halbprothese im Innenteil. Also auch das ist möglich. Man muss aber damit rechnen und wenn man die Daten, also die statistischen Daten sieht, ist es so, dass diese halben Kniegelenke dann doch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, nicht ganz so lange zu halten wie dieser komplette Oberflächenersatz, weil die Arthrose in diesen anderen Gelenkanteilen natürlich zunehmen kann im Verlauf der Jahre. Ja, genau. Damit sprechen Sie ja eine Frage an, die sich wahrscheinlich ganz, ganz viele stellen eben, wie lange hält denn so ein Ding? Also damit ich nicht nochmal wieder zu Ihnen kommen muss, darf. Ja, das ist natürlich das Ziel, möglichst lange Beschwerdefreiheit. In Deutschland geben die Daten des Endopothesenregisters, was seit 2014 läuft, jetzt also nach acht Jahren, ist die Datenlage so, dass knapp vier Prozent dieser mit einem Oberflächenersatz versorgten Kniepatienten eine Revision erleiden in diesen acht Jahren. Bei den halben Kniegelenken sind es aber schon neun Prozent und die Daten aus anderen Ländern, wo die Register schon länger laufen, zeigen, dass eben nach 15 bis 20 Jahren doch noch über 90 Prozent der primären Knie-Endoprothesenversorgung funktionieren, ohne dass man wechseln muss. Also man kann von 15 bis 20 Jahren ausgehen, Haltbarkeit. Ja, was bauen Sie häufiger ein? Die Vollprothese oder die? Sie machen ja viele Knie, oder? Ja, bei uns in der Klinik haben wir im letzten Jahr 750 solche Kniegelenke ersetzt, eingebaut. Wir bauen in unserer Klinik überwiegend diesen Oberflächenersatz ein. Deutschlandweit, ich hatte es schon kurz gesagt, sind es 87 Prozent, 13 Prozent sind die halben Kniegelenke. Das hängt von den Einrichtungen ab. Das ist eine Frage, das geben die Registerdaten dann auch her. Ja, dass Kliniken mit einer hohen Fallzahl sowohl im Bereich des Oberflächenersatzes als auch im Bereich des Teilgelenkersatzes bessere Ergebnisse haben. Und diese Fallzahl ist bei den normalen Kniegelenken, wird bei 500 statistisch festgelegt, bei den halben Gelenken bei 100. Und das zeigen die Registerdaten, dass also Kliniken mit diesen höheren Fallzahlen dann auch bessere Ergebnisse, längere Standzeiten haben. Weniger Komplikationen. Gut, wenn sich also der Patient dann entscheidet für die Vollprothese, wie läuft das dann? Ja, ich hatte es schon erwähnt, wir hatten über diese prästationäre OP-Vorbereitungsuntersuchung gesprochen. Wenn dann alles dort glatt läuft und die Indikation vor allen Dingen bestätigt ist, der Patient einverstanden ist, dann kommt er circa vier Wochen später im gesunden Zustand, bis auf sein Gelenk natürlich, in die Klinik zur Operation. Es wird nochmal geprüft, ob wirklich alles in Ordnung ist, keine Entzündungswerte im Blut, die Hautverhältnisse müssen intakt sein und so weiter. Dann erfolgt am Folgetag in der Regel die Operation. Die Operation selber dauert im Durchschnitt bei uns circa 60 bis 70 Minuten. Der Patient wird nach der Operation am OP-Tag noch etwas spezieller und intensiver überwacht, kommt am Folgetag wieder auf seine Normalstation und beginnt dann schon mit der Physiotherapie und unserem Pflegepersonal das erste Mal aufzustehen. Die Vollbelastung des Beines ist möglich, hatte ich auch schon erwähnt. Der hat natürlich zwei Gehstützen, einfach zur Sicherheit, damit er uns nicht stürzt. Und dann wird diese Aktivität von Tag zu Tag ausgeweitet. Spätestens am zweiten Tag sind die meisten Patienten wieder selbstständig im Bad und auf Toilette. Am dritten Tag sind sie auf dem Stationsgang, am vierten Tag schon mal auf der Treppe. Und wenn alles normal verläuft, können wir die Patienten fünf, sechs Tage nach der Operation bei uns aus der Klinik entlassen. Und für die meisten schließt sich dann eben eine Rehabilitation an, die sowohl stationär als auch ambulant durchgeführt werden kann. In der Regel drei Wochen dauert und der Patient sich danach wieder bei seinem einweisenden Arzt vorstellt. Die OP hat die Risiken? Ja, natürlich. Jeder operative Eingriff hat Risiken. Die versuchen wir natürlich, wie gesagt, im Vorfeld zu minimieren, indem wir die Voraussetzungen so gut wie möglich schaffen. Wie gesagt, der Patient muss sonst fit sein, darf nie erkältet sein. Die Laborwerte müssen stimmen. Die Patienten bekommen ein Duschbad mit schon vorher nach Hause, wo sie praktisch desinfizieren, sich waschen, circa eine Woche vor der Operation. Es gibt ein Antibiotikum als Einmalgabe zu Beginn jeder Operation. Also einfach um das Infektionsrisiko, was bei so einer Knieoperation bei circa 0,2 Prozent liegt, möglichst noch geringer zu halten. Aber null ist natürlich da auch nicht möglich. Das ist eine Komplikation, die Infektionsgefahr um die Operation herum. Die zweite Komplikation beim Knie, nicht ganz selten, sogar knapp ein Prozent, ist die Gefahr einer Thrombose oder Embolieentstehung, also einer Blutgerinnselentstehung. Deshalb wird bei den Patienten nach der Operation, das geht also im OP-Tag dann los, das Blut verdünnt. Und das macht man für insgesamt 14 Tage medikamentös. Die meisten Patienten kennen das mit so einer Bauchspritze. Es gibt aber heute auch Tabletten, mit denen man das machen kann. Das sind eigentlich, was jetzt die Knieentropothetik betrifft, so die beiden relevantesten Komplikationen. Natürlich kann man eine Wunde schlecht heilen. Natürlich kann es mal einen Bluterguss geben, einen größeren, wo vielleicht eine Punktion erforderlich ist. Es kann Taubheit im Narbenbereich auftreten. Aber das sind alles Sachen, die sich im Laufe der Zeit dann in der Regel wieder geben. Und wenn ich also die Woche bei Ihnen gewesen bin und zwei, drei Wochen Reha hatte, dann habe ich dann noch Schmerzen? Das ist unterschiedlich. Es gibt Patienten, die sind dann schon schmerzfrei, fahren dann auch schon wieder selbstständig Auto und sind auch anderweitig aktiv. Aber in der Regel kann es schon noch sein, dass ein Patient dann noch eine Schmerztablette bei Bedarf braucht. Das hängt auch davon ab, welche anderen Beschwerden vielleicht noch bestehen mit der Wirbelsäule oder mit anderen Gelenken. Es kann noch eine Schwellung bestehen zu dem Zeitpunkt. Die Beweglichkeit ist noch nicht so, wie man sich das vielleicht endgültig vorschliesst. Also der Reha-Prozess ist nach der Reha stationärer Ambulanz noch nicht abgeschlossen. Das dauert schon mindestens in der Regel, wir sagen mal so als Mittelwert, drei Monate plus minus. Das hängt von mehreren Faktoren ab. Für die Beweglichkeit, für den Muskelaufbau, für die Schwellungsreduktion. Also gerade so Sachen wie Lymphdrainage, Krankengymnastik zur Muskelkräftigung, das ist meistens dann noch länger notwendig. Und kann im Einzelfall durchaus bis zum halben Jahr dauern. Und was tut so lange weh im Knie? Denn die Arthrose gibt es ja nicht mehr. Die Arthrose gibt es nicht mehr, das kann man dem Patienten immer dann beruhigt sagen. Das künstliche Gelenk hat keine Schmerzempfindung. Aber die Arthrose ist letztlich auch nicht immer der Schmerzvermittler vor der Operation. Also dieser eigentliche Verschleiß, sondern die Reaktion darauf. Und auch die Reaktion auf eine Operation mit frischer Wunde und Schwellung ist natürlich auch eine Schmerzreaktion für die Kniegelenkskapsel, die also sehr empfindlich ist, wo viele Schmerzrezeptoren sich befinden, sodass wirklich erst das Knie abgeschwollen sein muss. Und dann, wie gesagt, die Funktionen auch so weit wieder hergestellt werden, ist, dass das Knie auch stabil ist. Und das hängt natürlich viel von dem Muskel ab, sodass häufig die Patienten schon noch sagen, oder man sieht auch nach einem halben Jahr manchmal noch eine Schwellung in dem operierten Bereich. Erstens darauf, dass der Muskel es eben doch noch nicht schafft, das Knie in jeder Situation so zu stabilisieren, sodass der Reiz im Knie noch höher ist, auch ohne Schmerz dann teilweise. Und eben, dass der Patient eben auch noch sagt, ja, ich fühle mich da noch nicht ganz so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Aber das ist ein längerer Prozess. Gerade Muskelaufbau geht natürlich bei älteren Patienten. Im Durchschnitt sind die Patienten ja etwa 70 Jahre. Bei uns, wenn sie so eine Knieprothese bekommen, das dauert dann manchmal auch länger. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gern. Danke. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund. Wir sehen uns, wie gut mit dem Item. Und. Und ich hou sost Ahh Jarrah.